Herzlich willkommen, lieber Steinbock, zu deiner Tarotkartenlegung für die 38. Kalenderwoche. Der Woche, die am 16. September beginnt und bis zum 22. September geht. Wir haben in dieser Woche einen Vollmond, und zwar am Anfang der Woche von Dienstag auf Mittwoch, am 18.9. mitten in der Nacht. Und, lieber Steinbock, so könnte es am Anfang der Woche noch recht turbulent sein, aber dann auch ruhiger werden. Huch! Ja, ich sehe hier schon in den Karten sehr viel Energie bei dir. Die Karten sind hier ganz schön weit gefallen. Ja, interessant. Lieber Steinbock, wir wollen uns mal ansehen, wie deine Woche werden wird und mit welchen Energien deine Woche begleitet sein wird. Schauen wir mal, was die Karten so sagen. Welche Energien sich über die Karten zeigen. Ja, auch viel Energie, ne? Interessant. Ich bin schon sehr gespannt auf deine Legungen. Natürlich sind auch alle Crosswatcher herzlich willkommen. und wir wollen uns zusammen die Woche für das Sternzeichen Steinbock ansehen. Okay, jetzt haben wir alle Karten beisammen und können beginnen. Was haben wir hier? Die Gerechtigkeit und die Sonne, ne? Sehr viel Dynamik. Wow. Also, du bist bereit für eine gewisse Herausforderung in deinem Leben und du wirst erfolgreich sein. Das kann man schon so sagen und das wird erfüllend für dich sein, ne? Du verschaffst dir womöglich regelrecht einen Platz an der Sonne durch eine mutige Aktion. Durch eine Aktion, bei der du sehr geistesgegenwärtig sein wirst und du bist mutig. Du lässt dich auf eine gewisse Situation ein, ne? Und das kann halt ein wichtiger Moment im beruflichen Sinne sein oder eine wichtige Aktion im partnerschaftlichen Sinne, ne? Im privaten Bereich, ne? Dass man sich auf ein Treffen einlässt, dass man eine gemeinsame Aktivität unternimmt. Und ja, es ist etwas, was du beherzt angehst und da auch sehr viel Geistesgegenwärtigkeit benötigst und auch aufbringst. Sehr viel Konzentration. Du möchtest etwas Bestimmtes und das wirst du auch tun. Und die Tendenz ist schon so, dass du darin erfolgreich sein wirst, ne? Und sehr zufrieden mit deinem Handeln, deinem Tun, dann sein wirst auch, ne? Die Sonne spricht auch oft für offene Gespräche, ne? Für Direktheit, dafür, dass man direkt und offen legt, was man möchte. Und dass das auch zu einem positiven Ergebnis führt, ne? Dass man hier sich einig wird oder dass man auch Geselligkeit, Harmonie erlebt dann, ne? Und Freude im Gemeinsamen. Also, sehr interessante Ausgangssituationen. Und was haben wir hier? Aha. Aha. Es geht hier wohl möglich doch bei vielen von euch um Liebe, ne? Kann ich mir hier sehr gut vorstellen. Vor allem werdet ihr euch persönlich sehr lebendig fühlen, ne? Mit den drei der Kirchen sehe ich hier wirklich sehr viel Freude bei euch aufkommen, ne? Sehr viel Vitalität, sehr viel Glück, Lebendigkeit in den Gefühlen, die euch auch neuen Mut schenken wird und einfach wodurch ihr mehr Lebensfreude auch bekommen werdet, ne? Sehr viel Freude. Und viele von euch könnten sich verlieben oder ihr könntet verliebt sein, ne? Und man sieht hier aufsprudelnde Gefühle, ne? Eine aufsprudelnde Gefühlswelt in euch, die natürlich viele Gründe haben kann, aber oft eben mit einem Gefühl von Verliebtheit einhergeht, ne? Oder dass man sich zumindest freut auf jeden Fall über das Leben selbst, ne? Über seine eigene Lebendigkeit. Und man sieht hier eine Prinzessin der Kelche und diese Person könnte für euch selbst stehen, aber auch sehr gut für eine andere Person in eurem Leben, ne? Eine Person des Wassers. Diese Person könnte Fische, Krebs oder Skorpion sein. Ja, oder unabhängig von den eigenen Sternzeichen, vor allem euch gegenüber die emotionale Seite zeigen, ne? Vielleicht habt ihr es hier mit einer sehr traumtänzerischen, romantischen, fantasiebegabten Person zu tun, die einfach sehr liebreizend ist, sehr offen mit den eigenen Gefühlen umgeht, die eigenen Gefühle deutlich zeigt. Und vielleicht werdet ihr selbst auch ein bisschen mehr wie diese Person dadurch, ne? Und ihr könnt diese Energie gemeinsam erleben. Ja, die Prinzessin kann auch eine männliche Person sein. Denn hier geht es mehr um eine so eine jugendliche Leichtigkeit, so eine Verspieltheit, die diese Person an den Tag legt, ne? Diese Herausforderung, von der ich am Anfang gesprochen habe, ne? Die kommt durch diese Energien auch mit sehr viel Leichtigkeit einher, ne? Das ist schon, ähm, ähm, keine sehr strenge Energie, sondern eher, ja, etwas, wodurch ihr auch mehr emotionale Leichtigkeit erfahren werdet. Und wir schauen uns die Prinzessin der Kelche, ups, mal genauer an. Diese Prinzessin erlebt gerade eine Phase der großen Schaffenskraft, ne? Ist in der Lage, die Welt nach den eigenen Vorstellungen zu kreieren, wirklich Ideen Wirklichkeit werden zu lassen, ähm, Neues zu kreieren. Initiative zu zeigen, eine Person, ja, die eben Initiative auch ergreift, Schaffenskraft erlebt. Und da kommt hier viel Stress und Konfusität durcheinander rein, ja. Aber andererseits, gerade wenn das eine andere Person ist, sehe ich, dass ihr ein sehr gutes Team seid und viele Dinge, die ihr zusammen plant oder die ihr zusammen erledigen möchtet, sehr gut, ähm, ähm, durch euer Zusammenwirken passieren wird. Also, da ist sehr viel Stress, Lebendigkeit, Turbulenz da, aber ihr bekommt das gemeinsam in den Griff und ihr agiert sehr, sehr schön als Paar oder als Freundschaft auch, ne? Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang du mit dieser Person bist, aber es wird hier alles sehr gut letztendlich harmonisch vonstatten gehen. Auch wenn viele Zwischenfälle entstehen können, ne? Also, vielleicht habt ihr eine gemeinsame Aktivität geplant und da passieren doch unvorhergesehene Dinge, ne? Irgendwie etwas Chaotisches und trotzdem bekommt ihr das vielleicht gerade auch dann gut hin, gerade gut in den Griff und ihr agiert als Team hervorragend. Und, ja, interessant, was war denn in der Vergangenheit los? Der Kaiser bei dir, ja, du hast in der letzten Woche viel gearbeitet und viel in deinem Leben in Ordnung bekommen, viel in den Griff bekommen, viel Verantwortung bewiesen und auch, ähm, Struktur und Ordnung in dein Leben gebracht. Und in dieser Woche wird es ein bisschen leichtlebiger, ne? Ein bisschen leichtherziger und du kannst von dieser Stabilität auch, ja, profitieren, ne? Und einfach alles ein bisschen entspannter angehen lassen. Naja, entspannter vielleicht nicht, aber mit ein bisschen Leichtigkeit, ne? Ein bisschen frohsinniger, ein bisschen, ähm, verspielter. Verspielter könnte man hier schon durchaus sagen. Ja, denn du hast hier schon eine Struktur aufgebaut, die gut funktioniert und du kannst hier von deinen Routinen, von deiner Stabilität gut zehren oder gut profitieren, ähm, dich darauf einfach verlassen. Mhm, 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 mhm. Ah, der Magier spielt auch bei dir eine große Rolle. Und so könnte es natürlich sehr gut sein, lieber Steinbock, dass du selbst die Prinzessin der Kelche bist, ne? Oder du erlebst diese Energie zusammen mit dieser Person und diese Energie spielt auch bei dir eine große Rolle. Also kannst auch du die Welt nach deinen Vorstellungen gestalten und solltest nicht zögern, die Initiative zu ergreifen und beweist große Schaffenskraft, die Möglichkeit, deine Visionen, deine Ideen umzusetzen, ne? Und, ja, in dieser Energie kannst du auch andere gut von dir und deinen Ideen überzeugen, löst viel Faszination bei den anderen aus, ne? Und wirkst sehr interessant einfach, ne? Hast eine tolle Ausstrahlung und so kannst du vieles in deinem Leben positiv vorantreiben und auch bei den Magiern spielt eine verspielte Leichtigkeit, eine wichtige Rolle, ne? Diese Person, ich weiß nicht, ob du das gut sehen kannst, ähm, aber diese Person jongliert, ne? Die Person mit spielerischer Leichtigkeit organisiert diese Person ihr Leben, ne? Jongliert mit den Gegebenheiten, ähm, und, ja, jongliert mit dem Leben, ne? Und kann so vieles, ähm, aus, in einem kreativen Prozess entstehen lassen. Ja, sehr spannend hier, ne? Dein Unterbewusstsein, eine Königin der Schwerter. Und das ist jetzt ein etwas anderes Naturell als die Prinzessin der Kelch, aber trotzdem könnten diese beiden Personen miteinander verknüpft sein, ne? Und das könnten dann zwei Seiten einer Person widerspiegeln. Wenn das eine andere Person ist, dann liegt dir diese Person sehr am Herzen. Man kann hier auch von einer tiefen Verbundenheit zueinander sprechen. Sogar von einer Seelenverbundenheit, ne? Aber diese beiden Personen können natürlich auch zwei unterschiedliche Personen sein. Oder du repräsentierst die eine Person dein Gegenüber die andere, ne? Vieles ist hier denkbar. Die Königin der Stäbe ist auf jeden Fall, kann natürlich auch eine männliche Person sein. Auf jeden Fall eine weisere Person, eine ältere Person oder eine gereiftere Person, ne? Ähm, eine Person mit einem klaren Verstand, mit einem starken Sinn und, ähm, Sinn für Freiheit, für Unabhängigkeit. Das ist das Bestreben dieser Person. Diese Person bringt auch Gerechtigkeit rein, ne? Faire, ausgewogene Urteile. Eine Person, die auch kühl kalkuliert sein kann, aber auch ausgewogen, ne? Ähm, sehr rational. Eine Person, die nicht nur für sich selbst Freiheit haben möchte, sondern auch anderen diese Freiheit schenken möchte. Und wir schauen uns mal die Königin der Schwerte an. Wir sind hier auf der Luftebene. Wassermann, vage, Zwillingen kann hier eine Rolle spielen. Ja, in vielerlei Hinsicht kann ich mir vorstellen, dass auch diese Energie viel mit dir zu tun hat, äh, lieber Steinbock. Diese Person ist nämlich voll und ganz bereit, und das passt hier sehr gut zu diesen Energien, das Leben in vollen Zügen genießen zu wollen, ne? Und möchte sich auch eine Herausforderung stellen, möchte das Leben in vollen Zügen, möchte aber auch, ja, sich einen Platz an der Sonne, ähm, erarbeiten, ne? Mit Mut, mit, ähm, Entschlossenheit, mit Willen, ne? Also eine sehr leidenschaftliche Person aktuell. Und, ja, es scheint mir hier schon ein bisschen so, als gäbe es eine Situation im Leben dieser Königin der Schwerter, bei der diese Person auch ein gewisses Risiko eingeht. Es gibt hier etwas zu verlieren, ne? Man, es, ein Verlust droht, es ist nicht frei von Risiko. Das ist dieser Person aber auch bewusst. Und das macht Mut ja aus, ne? Dass man trotz der Möglichkeit zu verlieren oder etwas oder jemanden zu verlieren, etwas dennoch macht, ne? Und ich sehe hier schon viel Entschlossenheit bei dieser Person, aber auch Sorge. Diese Person ist sich durchaus über das Risiko, was sie eingeht, bewusst. Und gleichzeitig sehe ich hier viel Erfolg. Das passt hier wirklich sehr gut zu diesen Karten, ne? Man sieht hier Erfolg. Mit den neun der Scheiben wird etwas passieren, womit diese Person nicht rechnet, was aber die Ziele dieser Person zugute kommt. Also, hier geschieht etwas Zufälliges, was gewinnbringend sich äußern wird. Etwas, womit man überhaupt nicht rechnen kann. Etwas kommt dieser Person zugute, zu Hilfe. Das kann materieller Natur sein. Das kann ein Geldgeschenk sein oder ein Geschenk oder ein Bonus, eine Auszahlung. Das kann aber auch immaterieller Natur sein, insofern, dass man jemanden kennenlernt, der mehr Stabilität in sein Leben reinbringt. Also, hier, dass man halt jemanden Neues kennenlernt, ne? Das könnte auch sein. Aber meistens eher ist dieses Kennenlernen, hat dieses Kennenlernen einen finanziellen Aspekt und könnte daher ein neuer Geschäftskontakt sein, ne? Ja, sehr spannend, was hier geschieht. Aha. Und auch bei dir kommen Neuigkeiten, also es kommen hier Neuigkeiten rein. Neue Informationen, neue Kommunikationen. Menschen melden sich bei dir. Und diese Nachrichten transportieren auch gute Nachrichten für dich, ne? Das passt hier auch sehr gut mit den Neuen der Scheiben. Und das sind auch Nachrichten, mit denen man nicht unbedingt rechnet, aber die einen glücklich stimmen. Die einen auch auf positive neue Ideen bringen. Auch einen Geistesblitz auslösen können bei dir. Ja, zugegeben, diese Kommunikationen, die hier entstehen können, viel Durcheinander mit sich bringen. Etwas auffühlend sein und auch oft oberflächlicher Natur sein. Ja, aber letztendlich im Ergebnis eher tendenziell positiv, ne? Also es macht dich irgendwie glücklich. Es regt dich auch irgendwie intellektuell an. Es bringt dich auf neue Ideen. Es transportieren, es werden hier Nachrichten transportiert, die einen glücklich machen. In der Regel, ne? Aber natürlich, es ist so ein konfuses Feld, ne? Mit den acht, der später hat man das auch schon gesehen, dass hier etwas Durcheinander in dein Leben kommt. Das solltest du nicht zu schwer sehen, sondern dich auf das konzentrieren, lieber Steinbock, was in deiner Macht liegt, ne? Und du hast viel Macht in dieser Woche. Du hast hier viel Möglichkeiten. Und ich möchte dir empfehlen, dich auch ein bisschen zu versuchen, dich von diesem chaotischen Feld abzugrenzen, ne? Das nicht so sehr an dich herankommen zu lassen und dich mehr auf das zu konzentrieren, was in deiner Macht liegt, was nützlich auch für dich ist, ne? Also, der Eremit bringt hier mehr Ernst und Verantwortung in dein Leben, mehr Ruhe für dich persönlich. Wenn du hier wirklich verliebt bist und in einem Kennenlernprozess bist, dann sehe ich hier, dass du es angehen lassen möchtest und auch trotz dieser starken Gefühle auch Vernunft walten lassen möchtest. Denn du möchtest dir selber treu bleiben und dir selber treu sein und verantwortungsvoll mit der Situation umgehen, ne? Verantwortungsvolle Entscheidungen treffen. Und das ist natürlich ein super Schutz auch, ne? Und was heißt Schutz? Das ist vielleicht nicht die richtige Formulierung, aber mir gefällt diese Besonnenheit bei dir, ne? Du gehst vernünftig mit der Situation um und möchtest geistesgegenwärtig bleiben und objektiv die Situation betrachten, auch wenn die Gefühle gerade bei dir wirklich sehr am Flurieren sind. Und diese Besonnenheit wird dich erden, ne? Und dich auch vor einem Entweigenfehler bewahren, den ich hier aber auch gar nicht erkenne. Ich glaube, diese Energien wirken alle sehr ausgewogen bei dir, ne? Du bist hier wirklich dir über alles sehr bewusst, was du hier tust. Und hast dadurch schon fast noch mehr Möglichkeiten, alles in die richtige Richtung zu lenken, ne? Finde ich richtig gut. Der Eremit ist aber auch ein Hinweis darauf, dass du auch, also einerseits, dass du dann auch auf deine Interessen fixiert bleibst, dass du eigeninteressiert handelst, dass du aber auch ein bisschen Ruhe für dich in diesen bewegten Zeiten brauchst. Es könnte recht bewegt sein und du solltest dir Oasen der Ruhe einplanen zwischendurch, damit du hier auch diese Energie wirklich profitierend einsetzen kannst. Und ich denke, das entspricht auch deinen Bedürfnissen und Sehnsüchten, das zu tun in dieser Woche, ne? Ja, der Eremit bringt hier wirklich viel Ruhe rein in diese Legung, ne? Ach, schau dir das an. Die Wunderschönen, die Liebenden auf dein soziales Umfeld gerichtet, ne? Und ja, wenn du dich in dieser Woche verliebst, dann ist das mehr als verliebt sein, ne? Dann ist das halt wirklich auch Liebe, muss man schon sagen. Und überhaupt sehe ich hier einen, ja, überhaupt sehr harmonischen, ein sehr harmonisches Umfeld, in dem du dich befindest. Und das wird dir in dieser Woche sehr schön auffallen. Du fühlst dich nicht nur zu dieser Person verbunden, in die du verliebt bist, sondern bist hier auch im Einklang mit deiner Familie, mit deinen Freundschaften. Und alle deine sozialen Beziehungen werden sich hier sehr positiv vollziehen und zeigen. Und diese wirst du als sehr besonders erleben. Du fühlst dich hier sehr emotional, sehr verankert, ne? Und ja, das ist natürlich wirklich wunderschön. Hier gibt es auch Chancen zur Versöhnung, ne? Chancen, trotz etwaiger Gegensätze, sich auf einer tieferen Ebene zu verstehen und Vertrauen und Geborgenheit aufzubauen. Ja, die Liebenden schenken die Möglichkeit, ja, eben diese Gegensätze auch, die untereinander bestehen, zu überwinden, zu lernen, ne? Und tiefere Verbundenheit zu fühlen. Das ist wirklich schön. Manchmal gehen die Liebenden auch mit einer Herzensentscheidung einher. Ja, es kann sein, dass dieses Risiko, von dem ich hier gesprochen habe, ganz der Liebe gilt, ne? In deinem Leben in dieser Woche. Und dass du vielleicht für eine Partnerschaft dich entscheidest, aber vielleicht auch eine Entscheidung triffst, die noch darüber hinaus geht. Vielleicht für einen Freundeskreis, für deine Familie. Eine tiefe Herzensentscheidung trefft, fällen wirst in diesem Bereich, ne? Und natürlich sind mit solchen Entscheidungen im zwischenmenschlichen Bereich auch, ja, Risiken verbunden, ne? Das Risiko verletzt zu werden beispielsweise. Aber man muss diese Risiken eingehen, um diese tiefe Verbindung zu erfahren, ne? Solche Risiken lassen sich leider nie ganz vermeiden. Aber du bist bereit, hier einzusteigen, ne? Hingabe zu zeigen, Vertrauen auf, dem anderen Vertrauen zu schenken. Das ist wirklich sehr schön. Eine wunderschöne Legung. Und das ist eine Liebe, bei der du dich nicht selbst verlierst. Ganz im Gegenteil. Eine Liebe, bei der du dich auch selbst findest. Das ist dann auch wahre Liebe, ne? Ja, voll schön. Du bist bereit, Hingabe zu zeigen. Das habe ich hier schon gesehen. Du bist bereit, dich einzulassen. Du bist bereit, dem anderen Vertrauen zu schenken. Trotz der Risiken, die man damit eingeht, ne? Natürlich hat man Angst, der falschen Person zu vertrauen. Oder dass das nicht auf Gegenseitigkeit beruht, ne? Oder etwas in der Art, ne? Je nach Situation. Aber Liebe ist, dass man diese Befürchtung hat und das dann trotzdem tut, ne? Das beweist wahres Vertrauen, ne? Und das fördert Vertrauen. Du bist bereit dafür. Das ist wirklich schön. Und zum Ende der Woche wirst du der Königin der Kelche begegnen. Ja, und jetzt kommt es hier ganz drauf an, wie du hier diese Personen auch für dich eingeordnet hattest. Die Königin der Kelche kann sich hier natürlich sehr gut auf die Königin der Schwerter beziehen. Die Königin der Kelche, dann wirst du diese Personen auf ihre emotionale Weise erleben. Viel emotionaler, als du es vielleicht von dieser Person gewohnt bist. Oder die Königin der Kelche kann sich auch hier auf die Prinzessin der Kelche beziehen. Und dann erfährst du bei dieser Person einen Reifungsprozess, ne? Dass diese Person sich von der Prinzessin zur Königin weiterentwickelt. Kann natürlich auch beides sein. Kann natürlich auch alles für dich stehen. Aber hier sieht man definitiv eine wichtige zwischenmenschliche Situation, bei der du dich als Königin der Kelche zeigen wirst. Oder die andere Person als Königin der Kelche erleben wirst. Oder beides. Die Königin der Kelche hat natürlich eine gewisse Reife, ne? Auf der emotionalen Ebene, ne? Eine Person, die zu tiefen Gefühlen in der Lage ist, sehr reif, sehr verantwortungsbewusst mit den eigenen Gefühlen und den Gefühlen der anderen umgehen kann. Eine Person, die sehr tief fühlt, sehr viel Erfahrung im Bereich der Emotionalität besitzt, sehr empathisch ist, fürsorglich, einfühlsam, ne? Und eben, ja, sehr viel Reife mitbringt, ne? Bewusstheit. Ja, wow. Man sieht hier Erfolg, ne? Kann ich nicht anders sagen. Du wirst Erfolg haben. Und diese Person wird deinen Erfolg auch als Erfolg wahrnehmen, ne? Ihr habt zusammen Erfolg. Oder du als diese Person. Aber etwas verdichtet sich hier, wird verbindlicher, wird intensiver. Das Vertrauen, die Geborgenheit, ne? Und es fühlt sich einfach fester, stabiler an, geborgener an, ne? Und das schenkt Sicherheit. Das ist der Anfang einer festen Verbindung, ne? Kann man schon so sagen. Oder eine Vertiefung einer bestehenden Verbindung, ne? Und über diese Liebe, über diesen Erfolg, wird dir einiges klar werden. In irgendeiner Art und Weise wirst du etwas über die Liebe und das Leben selbst verstehen lernen, was vielleicht auch einen etwas entzaubernden Charakter haben kann, aber dich auch auf den Boden der Tatsachen holt, bringt und einfach real ist, ne? Du siehst hier, wirst hier eine Wahrheit zum Wochenende erkennen, die mit diesem Erfolg in Zusammenhang steht, ne? Und vielleicht geht es hier darum, zu erfahren, worum es bei der Liebe an sich eigentlich wirklich geht, ne? Zum Beispiel so eine Erkenntnis kann es haben, dass es eben nicht dieses Gefühl von, allein von Verliebtheit ist. Verliebtheit ist auch ein schönes Gefühl, aber Kennzeit kennzeichnet nicht die Liebe selbst, ne? Sondern Liebe ist viel mehr als das, ne? So eine Erkenntnis könnte dir hier kommen. Oder auch eine andere Wahrheit, ne? Den anderen auch klarer erkennen kann man dadurch, ne? Man sieht hier auf jeden Fall eher, ja, eine bodenständige Form der Liebe, ne? Natürlich muss das hier nicht etwas Partnerschaftliches sein, es kann sich auch um Freundschaften, um familiäre Liebe handeln, vielleicht auch auf der Arbeit, ne? Gerade wenn es etwas ist, gerade wenn du, ähm, gerade wenn du im sozialen, pädagogischen Bereich arbeitest oder in einem Beruf, bei dem es viel um Zwischenmenschlichkeit geht, könnte es sich hier auch um eine berufliche Erfahrung handeln, ne? Die dich aber sehr zufrieden stellt. Dann sehe ich hier beruflichen Erfolg, insofern, dass ich auch deinen beruflichen Status erhöhen kann dadurch, ne? Lob, Anerkennung, wäre auch durchaus denkbar, ne? Und vielleicht ist es sogar auch beides, ne? Ich sehe hier auf jeden Fall eine wunderschöne Woche vor dir und eine Woche, bei der ich dich voll und ganz ermutigen möchte, mutig zu deinen Gefühlen zu stehen, mutig deine Gefühle abzudrücken, denn das wird zu etwas Gutem führen. Es ist Zeit der Heilung, das ist auch hier der Eremit. Liebe hat auch einen heilenden Effekt. Gerade wenn es hier um Ängste geht mit den sieben der Scheiben, Verlustängste, die man in der Vergangenheit aufgebaut hatte, aus Erfahrungen, ja, diese könnten sich auch heilen, durch diese positive Erfahrung, natürlich. Und was haben wir hier? Wovon musst du dich befreien? Ja, da würde ich auch hier diese sieben der Scheiben einordnen, ne? Diese Ängste. Obwohl Ängste können einen auch schützen. Aber manche Ängste sind auch zu stark ausgeprägt und schützen einen dann vor guten Dingen. Ich sehe hier wirklich, dass alles einen positiven Verlauf nehmen wird. Vielleicht, wovon musst du dich befreien, könnte ich hier auch auf den Stress bezogen sein mit den Achter-Schwertern. Dann ist die Antwort darauf, ja, eben, dass man diesen Stress nicht so an sich heranlässt, ne? Dass man sich davon befreit, alles annehmen zu müssen an Aufgaben, ne? Sich zu stark verantwortlich zu fühlen für Probleme von anderen Leuten zum Beispiel, ne? Ja, ich sehe auf jeden Fall schon hier eine tolle Woche für dich, lieber Steinbock. Und genau die wünsche ich dir. Und viele liebevolle Erfahrungen, viele schöne Emotionen und, ja, emotionale Erlebnisse. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinen Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich. Und... Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf dich. Vielen Dank.